Schießt hervor, la la la, schießt hervor, la la la. Kommt nun wieder so vor oder singen die anderen etwas anderes? Der Wasserdrache verursacht Chaos seitdem er sich im Pass niedergelassen hat. Er schnarcht so laut jedes Mal, wenn er sich bewegt gibt sein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber unsere Swirly-Wirly-Quelle ist ausgetrocknet. Unsere Mädchen von der Tanzgruppe hat man befohlen, den Wassertanz auszuführen. Aber dieser Tanz bringt keine Quelle wieder zum Sprudeln. Nein, ich sage, wir müssen durch das Gestein unter der Quelle gelangen. Wenn wir auf Wasser treffen, würde es die Quelle wieder zum Sprudeln bringen. Wenn nur jemand helfen würde und dann... Ich hasse diese Rätsel. Warum uns erstmal hier... Also das ist, glaube ich, wieder eins dieser merkwürdigen Grabedinger. Was ist denn das hier hinten? Ach, nur eine stinknormale Anemone. So, sieht aus, als würde hier etwas fehlen. Kann ich das restaurieren? Ja, nee. Kann ich das jetzt? Die Säule ist doch kaputt. Kann ich die restaurieren? Das ist die schönste Säule, die ihr gesehen habt, oder? Äh. Äh. Scheint mir irgendwie nicht so zu sein. Äh. Ich glaube aber auch nicht, dass ich... ...so ohne weiteres an hier hochkomme. Schade. Wie mache ich das denn? Naja. Was ist mit dir? Schieß... Äh. Schieß was. Äh. So. Ähm. Hä? Hier war doch noch irgendwo... ...hier oben. Das nehmen wir natürlich noch mit. Ich sagte, das nehmen wir natürlich noch mit. So, wir haben jetzt... ...drei... Ich glaube, das reicht noch nicht... ...um uns einen weiteren, äh... ...hier zu machen, ne? Aber ich will diese Säule reparieren. Aber ich glaube, das geht nicht. Wie machen wir das denn? Ich weiß es doch nicht. So, wir können mit der Frau da hinten quasseln. Guck mal, jeder hat irgendwas im Kopf hier. Die hat hier eine Mandarine oder was? Naja, wie auch immer. Ja, wir... ...hier oben. Oh. Warum gräbst du in dieser Ausgabehöhlein? Hoffst du, das Wasser zu fänden? Ja, natürlich, hoffe ich das. Wenn du durch das Gestein oder die Quelle gelangst, dann musst du eine gute Nase haben. Das hatte... ...komm schon einen kleinen, hilf mir und... Ja. Nein. Warum habe ich keine Lust? Weil ich vorher Folgendes mache. Ich, ähm... ...benutze sowas. Ja, 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 ja. Okay, dann los geht's. Ja, bla, bla, ich kenn das schon. Ja, wir haben solche Rätseln schon mal gemacht. Ja, nicht nötig. Ach, ich dachte schon, ich hab das falsch gedrückt. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe Respekt vor diesen Rätseln. Ja, jetzt muss ich ja von unten hoch. Das ist ja mal was ganz Neues. Ähm... Hä? Habe ich das jemals gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm... ...ja, auf jeden Fall weiß ich auch nicht, was ich gerade sagen wollte. Ähm... ...ich bin hier auch nicht so wirklich richtig. Na, das ist ja mal ein guter Start. Ähm... Ich hab keine Ahnung... Ey, ähm... Hallo? Kann ich das mit einem Kraftstrich kaputt machen? Sieht mir nicht so aus, ne? Mit einem Bömmchen vielleicht? Oh, shit. Oh, man. Ich glaube, ich kann es mit einer Bombe kaputt machen. Aber. Ähm... Mist. Wir haben ja schon wieder viel zu viel Zeit verplempert. Nein! Nein! Hier oben. Nein! Ich hasse es. Wie die Pest. Oh. Das ist echt das Schlimmste in Okami. Diese Ärzten. Hallo? Okay, die ist explodiert und hat uns den Weg nach oben freigesprengt. So. Okay. Ähm. So, Zeit. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, es bringt uns hier oben nicht weiter. Nein! Alter. Oh, mein. Äh. Nein. Das macht keinen Spaß. Dieser Zeitdruck. Ähm. Ähm. Ich habe das doch eben geschafft, oder? Ich bin auch irgendwie da hochgekommen. Weiß doch irgendjemand, wie ich das geschafft habe. So. So in etwa. So. Nur nicht auf diese Stacheln kommen. Mann. Mann. Oh, ich habe gesagt, nicht auf diese Stacheln kommen. Das ist ein ziemlich langes Rätsel. Also. Ach, Mensch. Mach doch hier endlich. Nein. Nein. Ah. So. Muss der noch weg? Meine Güte Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich Ja, genau Ob ich hier wirklich eine Chance habe Ja Okay, komm Explodier schon Oh ne, komm schon Okay Yeah Okay, so geht's So, aber mir scheint, dass ich Dass ich hier Keine Tinte brauche Also keine Extra-Tinte Was? Den ganzen Kram jetzt noch mal Hier runter? Das meinen die jetzt nicht ernst Boah, also Also wenn das klappt Okay Runter geht eindeutig schneller Und Tinte geht mir langsam Nein, 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 nein Geht mir langsam aus Okay Scheiße Das war zu früh Nein Nein Boah, war das knapp Puh So Fall einfach weiter runter Nein Nein Bitte, bitte nicht Das ist ja echt so eine Sache von Von ein paar Sekunden Dann muss ich das alles noch mal machen Nein Nicht noch mal, bitte Ich will das nicht noch mal machen Ja, das war's Tschüss Ja, machen sie noch mal Vermutlich werde ich Vermutlich werde ich es rausgeschnitten haben Aber ich weiß ja jetzt Wie Ich weiß ja jetzt Was die von mir wollen Es sollte jetzt etwas schneller gehen Okay, aber Wow Wie lange das dauert Bitte Mach hier kein Die Steuerung ist Ist zum Kotzen Ehrlich Diese Sprungmechanik Nein Nein Oh Mann Setzt doch hier einfach Eine beschissene Bombe hin Danke Nein Die ist unten Ist explodiert Jo Nein Boah, wie weit ich auch schon gekommen bin Ach ja Darf ich das noch mal machen Nein So Den Block hier mache ich nicht kaputt So Dann Ging's glaube ich hier hoch Achso So Den nehmen wir natürlich noch mit hier Bisschen Zeit gewinnen Das können wir auch ganz gut gebrauchen hier So So Und Nein Puh Bleib bloß hier oben Eins Zwei Okay Zeit Nein Zeit Bitte Na super Okay So Jetzt hier eine Bombe setzen Nein Bitte bleib oben Bitte bitte bleib oben Bitte bleib oben So Puh Wie langsam sich die Tint aber auch regeneriert Das ist schlecht Ich hoffe ich habe da noch genug Zeit Wenn Ja Wenn ich oben ankomme So Jetzt Ich glaube ich lasse die Tinte noch ein bisschen regenerieren Ich kann hier leider Ich kann hier leider keine Keine Hilfsmittel einsetzen So Jetzt haben wir Vier Tintenfässer am Start Ich starte jetzt hier einfach mal Zu buddeln Die Zeit nehmen wir mit Wobei ich nicht weiß Ob sich das wirklich lohnt Ähm Weil wir Der Dabei ja Tinte verschleudern So Hier Nein Runter Okay Nein So Jetzt Nein 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 Ich habe keine Tinte Alter, jetzt steh auf, Alter Bitte, steh auf Warum steht hier denn nicht auf? So, jetzt hier runter und nicht vor die Stacheln, Kind Soll ich hier noch ein bisschen warten? Komm, einen Tintenfass, so, was haben wir? Jetzt haben wir das So, jetzt hier muss ich einfach nur schnell graben Dann können wir hier wieder ein bisschen theoretisch warten So Komm, einen Tintenfass, nee, warte ich noch hier? So, dann grabe ich jetzt mal hier weiter Man, 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 ey, hoffentlich reicht die Zeit noch Nein So Denn, jetzt machen wir ein bisschen Wind Nein Wind Kommt hier runter? Ja, kommt runter So, ich glaube, wir haben es geschafft Sehr gut So, jetzt fehlt jetzt ein letztes Mal noch hier Dass er sich ein bisschen beeilt Okay Meine Güte Meine Güte Oh Oh